Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digi's Adventure und der Region Ägypten. So, sprich mit Ramses. Hey, du siehst müde aus, nimm die saftige Melone aus dem Glas. Du wirst sehen, es wird dich stärken. So, dann marschieren wir jetzt da hoch, ach, nimm ihn rein, ja, okay, gut. Dann nehmen wir da die Piste mit und ab geht's rein da. So. Steht da, Gefängniszellen, hier ist noch ein Schlüssel. Ja, da liegt er. Ansonsten haben wir da nichts. Gut. So. Okay, dann nimmst du die Piste mit. Ach so, da muss ich durch, okay. Oh, halt, fröhliches Gesicht, danke, dass du mich am Freitag hast. So, weiter geht's, da hoch. Da ist ein, der andere. Gut, das nehmen wir dann mit. Dann machen wir Ding. So. Einmal. Einmal. Oh, ja, okay, geht wieder nichts. Ähm, hallo? Da hatte ich gerade etwas. Übersehen. Schnappi, ja. So, ähm, jetzt geht's da weiter. Ne. Ähm, ich gehe da. Nein, ich gehe da. Nein, ich gehe da nicht, ne. Okay. Ach so, ja, kann ich. So, da ist der Schlüssel, ne. So, dann nehmen wir mal einmal Licht darüber, einmal Licht darüber, den da hoch. Nach, ja, 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 ja. Ich muss unbedingt. Ne, ne, Level 20 stehen. Ich brich mit dem Priester des Anugis. Ach so. Einmal. Okay. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Bleib und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen, auf YouTube, auf Twitch und auf Kik. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss, sagt ihr. Toto.